Ja, hey, willkommen, mein Name ist Ani über LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix, die HD-Remix-Version 1.5, ihr wisst schon. Meine Güte, für die PS3, ihr wisst schon. Ich muss mir ein echt angewöhnen. In der letzten Folge haben wir Leon getroffen und er hat uns Feuerbälle gegen's Gesicht geschossen, was ich nicht sehr nett finde. Und ja, die haben uns gesagt, dass wir, Bams, der Auserwählte des Schlüsselschwerts sind und dass diese komischen kleinen schwarzen Viecher sogenannte Herzlöse sind, die Angst vor dem Schlüsselschwert haben und deswegen auf das Losgehen. Was? Und ja, er hat uns gesagt, wir sollen uns nicht um die kleinen Fische, sondern um den Anführer kümmern und das machen wir ja nochmal. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der Anführer ist. Okay, mit diesen Anführungen sollte ich mal aufhören, das ist ein bisschen doof. So, übrigens, ich habe, ich sehe, wie ein Vieh so aufgetaucht ist. Ich habe mal hier eine Mega-Potion in mein Ausrüstungs-Dort reingepackt. Vielleicht werde ich sie benutzen, vielleicht auch nicht. Kann ja nicht schaden, die da drin zu haben, ne? Einfach so. Gut. So, mit weiß ich, wo ich lang muss. Ha, 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 ha. Wir sind schon Level 7, das ist ganz schön hoch, finde ich. Das war nicht, was so hat empfohlener Level für das nächste Gebiet, sage ich mal, ist. So. Ich bin nicht gar nicht gelaufen. Die ganzen Vibrationseffekte. Ganz vergessen. Weil der Vibrationseffekt ist kaputt, deswegen weiß ich nicht mehr, wo hier überhaupt die Vibration waren und wo nicht. Zum Beispiel, es kommen wir in Vibration. Ein sprechender Hund und ein sprechender Ente? Jetzt habe ich alles gesehen. So, am besten wir so schadensfrei wie Milch rausgehen. Ja, sehr gut, Donald. Ich meine, sprechende Ente, die ich noch nicht kenne. Ah. Der sieht richtig cool aus in Final Mix. Mal nehmt früher Lila. Weil er sieht halt durch irgendwie freundlich aus. Aber er ist bestimmt nicht freundlich. So. BAM! Tag Point. Upsa. Ich bin ein Mal unten gerutscht. Au! Ja, wenn ich Pech habe, kann ich hier drücken. Okay. Äh, oh danke. Stimmt, die haben ja iTunes dabei. Nein! Ist schon lang, der kaputt. Tag Point. Mein Gott, Donald. Aufdauern, Spiken. Natürlich ein Item einsetzen und den wiederbeleben, aber. So haben mein Überleben, ein bisschen denken. Au! Alter, wieder hat nicht kaputt. So, jetzt. Ja. So, Tag Points. Aber ich glaube mal, ohne Donald. Ist irgendwie gemein. Ich muss mich nicht immer sofort treffen, weißt du? Ich kann da doch so abwehren. Ohne, dass ich voll getroffen werden muss. Gib mir das. So, ich würde gerne... Kannst du mal aufhören, dich immer auf mich zu schmeißen? Hier! Oh, sie ist die Mutter der Portionale. Genau, so ist das. Ah, Donald, auch wieder unter dem Leben. So, komm runter. Wer ich dich erreichen kann. Bams! Sehr schön! Und noch mehr Lebenspunkte. Ha! Da war groß, wie ich weg. Na, Chia reif, Alten. Sure. So, you were looking for me? Uh-huh. They, too, have been seeking the wielder of the Keeblin. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course. Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the king. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? I don't know if you want to find your friends. No such things. Okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Oh, yup. Ich will doch keine Sprechnauen sein. Watch out, don't you? Mich nennt das erschreckend. Why not? I'll go with you guys. Yeah, don't got it. Mein Name ist schweifig. Ich bin Sora. Alle für ein, alle für alle! Oh, sehr schön. Jetzt sind wir zu dritt. Geil! Oh, jetzt wird's erst richtig schön. Das kleine Skort hat diesen Varklessen zerbrochen. Wer hätte es gedacht? Das ist die Macht des Keepers. Der Kind ist nicht seine eigene. Warum nicht wir ihn als ein Heartlessen? Das ist ein paar Sachen schnell genug. Und die Blatt's Freunde sind der King Slatins. Die Blatt auf den Augen, sie alle fühlen sich aus dem Blick. Du bist selbst eine große Herausforderung. Shut up! genug! Die Keyblade hat ihn gewählt. Es ist er, der die Schmerzen? Oder wird die Schmerzen ihn verfolgen? Insofern könnte er ziemlich gut sein. Bum, bum, bum. Hm, okay. Jetzt sind wir wieder bei den anderen. Bereite ich gut auf die vorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Erzlosen ausgebreitet haben. Sieh mal die Läden an, da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. 500 Tage alten, Boink. Taverne ist wie es dir beliebt. Viel Glück! Ich hoffe, du findest deine Freude. Fass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht senken. Bekommt man von ihm nicht aus? Okay, jetzt verstehe ich. Wenn man ihn gesiegt, dann bekommt man am Ende noch von ihm was. Ich glaube, eine Mega-Prosch oder ein Mega-Ether. Der Gummijet steht draußen vor dem Tor. Von einem Speichelpunkt kann man auch in den Gummijet einsteigen. Einfach das Speichern und den Gummijet wählen. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speichelpunkten besteigen. Tja, was? Das ist unser Schiff. Warte, bist du es süß? Warte kurz. So, das ist für dich. Die Kraft der Hitze erhalten. Die Magie Feuer erlernt. Als Kommando Magie führt Magie aus. Übereinstellungen im Menü können zur schnellen Ausführung von Magie-Kombi-Tasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP. Äther oder auch Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Guffi, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon. Oh ja. Sorat Purzelbaum erlernt. Durch Ausrüsten mit Abilities erhält Sorat und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einige von ihnen müssen mit Viereck ausgeführt werden. Andere sind bei einer Ausrüstung schon aktiviert. Mit Abilities im Menü können die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alle mögliche Sachen machen. Wir sollten uns unterwegs mehr von diesen aneignen. Okay. War's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf sie zu kommen. Als Grundist werde ich alles in mein Tagebuch niederschreiben. Okay. Sehr schön. Geil. Oh. Donald Goofy ist schön. Ähm. So was Level 8. Donald 7. Goofy 10. Wo der überhaupt heißt. Natürlich voll. Tagebuch. Neu. Okay. Kann man mal reinschauen. Handlungen. So was Geschichte. Er hat fast eigentlich nur alles zusammen, was wir gerade erlebt haben. Ich hoffe, ihr habt euch die Videos angeguckt. Hier sieht man eine Übersicht von allen Charakteren. Und jetzt auch nicht unbedingt zeigen. König Micky. Wie der wohl aussieht. Ich weiß nicht. Na gut. Lass mal. Die neue Stadt. Weil ich als Ausgänger weg machen. Vorwärts machen. Hubsaga. Abbildliches. Habe ich ganz vergessen. Du mein impuls ausrüsten. Der wird sehr wichtig. hier kann man hat noch ordnen du musst jetzt mal deine applizierte aus zauber starken so ja die neuer staats aus der donalds abwärts einmal items ja du hast noch eine portion her damit weil die werfe mit dem gegenstellen um sich als fährt weil ich konfetti deswegen lassen wir lieber so da haben aber schönes am boden wir haben schon gesehen so hat man dieses komische zeichen fällt es nicht irgendwie auf das ist ein trio symbol man findet es vier orts und verschiedenen farben anfangs reagieren nur die blauen diesen symbolen kann so hat und kufi ihre kreftfeilen und einen triothek ausführen machen wir mal dann so zu dritt da wie alle seiten getauscht zum teufel so dann ja putzenbauen die schöne jetzt noch nicht richtig eben blau schön oder jetzt springt hier runter und um die kiste nicht in den eine postkarte halten sehr schön kann man auch ein paar sachen abräumen vorher gehen so eine postkarte und mit rief bevor ich jetzt aber weiter gehe habe ich mir ein paar items und zwar immer noch xb kommen müssen wir das kaufen wir können zum beispiel neue waffen schon kaufen weil man hat warum man nicht ich weiß mal ein paar potions weil traverse ist glaube ich der einzige ort fürs erst mal potions kaufen können da stock ich lieber ein bisschen auf erstmal für mich nicht immer wieder zurückkommen muss dann gucken wir uns warum das gute daran ist dass wir jetzt die welt sozusagen abgeschlossen haben ist das oder ne ok wenn man eine welt abgeschlossen hat dann kommen wenn man immer noch dann darum läuft keine herzlose und das ist sehr praktisch wenn man gerade die welt ein bisschen der kundel manchmal legt an wo war noch irgendwie blau triotisch ich glaube in aeres zimmer gleich gucken obwohl ich gut da jetzt war es kommt dann irgendwie so komisch rüber nochmal zurück aber wenn ich eigentlich sehr viel schneller damit jahre weiß nicht ob in aeres zimmer überhaupt war aber guck mal dann ist nämlich hier zimmer heute ohne ja jetzt nochmals diamant das ist ja nichts jetzt mal bald wir haben das war dinge als vor und so viel ja ich meine ich so viel ich meine leon ja dann gehen wir noch hier kurz hin da gibt es noch zwei sachen die war brauchen könnten und zwar einmal folgen dies ja ich habe übrigens feuer in 1 geduld halten und drei dann kommt feuer noch mehr geld geil ich bin ja so geld gleich ein camperset dazu glaube ich von ein karakter alles heilende menü ne so das ist eine tür mit dem feuer symbol was kommt das bedeuten zünden was man zauberhaftes haus steine bei mich auf den armen nehmen hier kann man auch noch nichts erst mal bekommen das in der wachsie natürlich damit kann man uns anfangen hier war ja ein lehrer fragezeichen raum okay was kairi er kommt früher als ich dachte ist das wir kommen natürlich sind sie ein herzloser er sieht nicht so aus du meine güte nein ich heiße mir an dem ihr seht bin ich ein zauberer ich reise viel es ist schön wieder zu hause zu sein der könig hat mich um hilfe gewinnt ich bin ja eben der oder der andere so leid rufi und wer bist du jünger mann ich bin so aha ihr habt also den schlüssel gefunden und hat der könig sie gebeten bei den augenblick presto nacka holla so euer könig bat mich euch die kunst der magie zu unterweisen wir können jederzeit damit beginnen lasst mich wissen wenn ihr mit der unterweisung beginnen wollt und noch etwas er war es denn und die gute fähigkeiten krassen blick drauf hallo ich bin die gute fähig euer könig hat mich auch gebeten euch zu helfen ich stehe euch während der reise zur seite ich weiß nicht ob ich eine große aber kommt jederzeit vorbei aber ich habe schon wieder was schönes gesehen wo sind ja trio technik aktiviert so habe ich hier ist ein sehtest oder was vertraut da sonst gibt es erst mal nichts zu tun okay bei dir ich mache mir große sorgen und zünder super merlin ich möchte mit dir reden was gibt es ich will magie über da kann man einmal zeigen und dann wieder mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen gilt wir können ohne rückte auf mp magie geübt werden werden zauberge möbel stellen sich als hier zur verfügung die herumfliegende möbel zulässig können sie auch ruhig gestellt werden nun gibt dann einfach bei den ansprechen wenn wir einfach hier ohne rückte sich auf verluste wie blöd durch die gegend ball an wer hat nichts aber sehr schön oder okay da war es wir runter oder sagen können wir auch schon direkt zur nächsten welt gerne dann gehen wir zum gummi jet die grüne kreise zeigen euren aufteilort dem bewegen des kreises lässt sich das nächste ziel bestimmen die kamen stufe st gibt den schwierigkeitskern an je mehr sterne desto stärker sind die heilslosen in dieser welt okay hier haben wir ein stern wir haben zwei sterne logische schlussweigerung wir gehen als erstes dahin wir sind kommit der 30 mehr von welt aber die schiffe der herzlosen werden versuchen uns zu zerstören ich meine zu stören deswegen muss der gummi jet gekonnt gesteuert werden deine reise wird dokumentiert bis du dein ziel erreicht hast ach die mission die jede welt zu bieten hat auswendig der gummi jet wird mit dem linken stick gesteuert werge den linken stick nach oben und nach unten zu fliegen und umgekehrt die blaue leiste zeigt die energie von zb laser und fangnetzen an aber ja vorsichtig sein wenn die energieverbrauch angeht die grüne leiste zeigt die schildenergie an wenn der schildenergie auf 0 geht es zurück zur abflugstelle und ok damit kreisen von mir bestimmt auch immer noch langsam schön also richtig stillig das war ein plan ja so ein komischer kreis mit so einen daten dingen in der mitte sollte man bauplan von neustin schiff oder verschwinden einfach die gummi star die audio kommis da schon wieder am bauplan von neustin gti fliegen so langsam und ja ich werde irgendwann mal ein gummi jet bauen machen wir so erst weil ich so ab der hälfte reicht jetzt hier noch eigentlich das erste weil ich habe es jetzt noch kein fahren bekommen sehr schön war schon immer so langsam wenn wir nicht mehr sehr sicher was haben wir denn da die erste welt das war ein wundersammens land ist das denn auch wunderland landen schön ich glaube mehr werden wir dann auch nicht machen als hier kurz rein gehen weil der partner sich langsam dem ende zu und ich lasse hier alles mit einem riesigen cliffhanger so stehen wundersame begegnungen ist das bitte schön für eine übersetzung für wunderland wer ist nur ein speicherpunkt ich glaube ja was auch immer der nimmt das sollte weniger nehmen jetzt kein speicherpunkt verdammt das ich muss weiter aufnehmen verdammt das sollte die letzte aufnahme sein so und so und drücken wir mal das ja einfach so 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 oh so 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 weil ich vorher noch nicht da war klug scheißer mein gott ok trinken blubblub da wenn ich jetzt entschuldigen wird ich würde am liebsten diesen raum ja noch ein bisschen weiter kunden aber ich weiß zufällig wo er nächster speicherpunkt ist und da gehen wir jetzt erst mal hin weil ich die gegner jetzt hier kurz ignorieren mach mal irgendwie im nächsten fall oder so ich möchte gerne speichern mit dem parten im on trial aber warum Ihre Majestät, die Queen von Harts preside! Diese Frau ist der Kumpel. Es gibt keine Angst. Und die Grund ist... Weil ich so sage, das ist warum... Das ist so unfair. Du hast etwas zu sagen, in deine Gefahr? Natürlich. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Du kannst du Queen sein. Aber ich bin froh, dass das nicht das Recht zu sein, dass du so... so schweigst. Silence! Du wirst mich aufhören? Leute, wir sollten sie helfen. Ja, Muttler. Wir sind außerhalb, also das wäre es Muttling? Muttling, ja. Oh, ja. Das ist gegen die Regeln. Der Kumpel findet den Defendant. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Für die Gefahr, die Gefahr und die Gefahr von meinem Herz. Oh, mit der Halt! Nein, nein! Oh, bitte! Hold es da! Wer bist du? Wie bist du? Das ist die Gefahr! Das ist die Gefahr! Entschuldigung, aber wir wissen, wer die richtige Gefahr ist. Oh, das ist die Gefahr? Okay, sie ist nicht derjenige, die du dafür suchen hast. Das ist Entschuldigung. Hast du Bilder? Bringen wir Beweise für Alice' Unschuld, sonst heißt es ab mit all euren Köpfen. Sammelt so viele Beweise, wie ihr wollt. Erstattet Bericht, sobald ihr soweit seid. Ah, okay. Das hat auch noch so gereicht für ein paar Dinge. Bam, das ist ein Speichelpunkt. Na gut, dann würde ich sagen, meine Äußerungen zu den ganzen Spektaklen hier sage ich in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich für die Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.